Kennst du das? Du bist in der coolsten Stadt Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Haha, cool und Mecklenburg. Du bist in einer wirklich coolen Stadt mit deinem Kiwawa unterwegs. Und plötzlich wollen Jäger deinen Kiwawa klauen, weswegen du nur noch eine Fluchtoption hast. So überlebst du den Sturz von einer Brücke. Besorge dir einen Magneten, um dich an der Brücke festzuhalten. Jetzt nutzt du die Zeit, um mehrere Hawaii-Pizzas zu bestellen. Es wird sofort ein Streit entfachen zwischen Hawaii-Essern und Leuten, die Ananas schicken, Kombi haten. Jetzt wichtig, ruf Bosse. In fast jedem Streit gibt es einen, der auf Mutter geht. Daher eskaliert der Streit und die Polizei muss mit Wasserwerfern aufrücken. Jetzt lässt du den Magneten los und landest wie durch eine Wasserrutsche sanft auf dem Boden. Folge Aladin, um einen Flick-Flack-Overdruck-Pom-Döner mit Zwiebeln machen zu können.